Hallo Leute und herzlich Willkommen zu Mias Marta und mit dem Yu-Gi-Ohs und wir laufen hier weiter. Oh yeah und der Stream hat heute noch nicht gestartet. Aber jetzt startet er, er fängt an. Oh ja, Loading Video. Oh ja, Loading Video, ein schwarzes Bild. Oh geil. Okay, wir sind da. Wir wollten ja die Pilze suchen beim letzten Mal. Genau, wir wollten bzw. noch mehr Pilze suchen. Wir haben jetzt schon einen, ja, Fliegenpilz gesammelt. Damit können wir irgendwie, keine Erinnerung, anfangen die Medizin, glaube ich, machen oder so. Und ja, du wolltest doch weiter die Küste ablaufen. Ja, ich laufe aber jetzt hier dem Pilz nach. Wir hatten ja da so eine Karte vom Pilz, weißt du? Ja, oben rechts, oben rechts, also... Ne, unten links auch. Echt? Da waren so gelbe. Oh, tatsächlich. Aber wo? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich musste, musste irgendwo am Boden gucken. Das sieht aus wie Kacke. Hm. Da. Ne, das war ein Vogel. Das, ne. Ich kategoriere auf hier in meinem Leben. Da. Da. Die Statue. Okay. Und... Wo ist denn noch irgendwas? Da. Da, da, da. Okay, da sind wir also. Dann müssen wir ein Stück zurück wieder. Glaube ich. Äh. Wieso dreht sich jetzt... Das nicht? Ah, jetzt wieder. Also ein paar Bugs hat das Spiel noch. Ja, ja, leider. Aber es ist natürlich ein super Spiel. Also es fällt uns beiden ein bisschen nicht. Hm. Und deswegen spüren wir es ja auch weiter. Noch am gleichen Tag wie die letzte Aufnahmesession. Ja, das muss man sich mal geben. So was bekommt ihr bei keinem anderen geboten. Ja? Also nur bei ihr bei uns. Genau. Und, äh, ich guck mal, ob das Spiel überhaupt schon so groß auf YouTube vertreten ist. Ich guck das grad mal nach. A Map of Trumpet Mushrooms. Das ist... Da ist so ein kleines... Okay. Also oben links davon. Ja, ne, ja, okay. Okay, wo sind wir? Wir sind jetzt gerade da oder so, keine Ahnung. Ich map mal. Also. Ich glaub du musst dann jetzt noch weiter landeinwärts. Nur landeinwärts. Und ein bisschen nord... äh, westlich. Also. Ne, ich glaub, ich glaub du musst nur noch landeinwärts. Nord... Nord... ...westen, glaub. Ne, gar nicht. Nordöstlich musst du. Tatsächlich. Ich guck jetzt mal auf YouTube. Ähm... Ja, smarte... ...üter... ...üter... Nein, ich falle! Scheiße. Was hast du verloren? Nix. Sehr gut. Also ich bin nur halb gefallen. Da, ich hab die... ...Mushrooms gefunden. Echt? Wie sehen sie aus? Wie Tiger. Warte, die sehen voll cool aus. Ja, und was ist das da? Ach, ein Vogel. Kannst du davon eigentlich auch noch mehr nehmen, wenn du... Ne, ne, kann man nicht. Ne, man kann immer nur einen von einer... Ja, ich glaub man braucht auch nicht mehr. Wenn man eine Medizin hat, ist die unendlich, weißt du. Ja. Ja, glaub schon. Ja, wir wissen's ja nicht. Ich, ich lauf mal... ...weiter an der Küste entlang. Okay. Oh, Gronkh hat auch schon... ...ja, smarte Litz-Präg vor elf Monaten. Echt? Ja. Sieht ja interessant aus. Alter! Ich komm hier nicht weiter. Ich komm hier nicht wieder hoch. Na jetzt, komm schon. Alter! Leute, helfe! Leute, was war das für Musik? Leute! Was? Alter! Ich hab, ich hab mich... Alter! Ich hab mich... Boah, Alter, ich hab grad... Alter, ich hab's geschafft. ...aufgemacht. Und da ist halt eben immer so ein... ...so ein Video... ...so ein... ...und ich hab's in Polen, die Video... ...und ich hab gedacht, da ich grad deinen Stream gucke... ...und grad den Ton einhatte... ...oh mein Gott, was sind das für Töne, ey... ...du bist grad überfallen. Was? Ich hab's schon voll erschrocken. Oh Mann. Ey, wir haben jetzt hier den Mushroom. Mal gucken, was der uns bringt. Wieder Sushi? Obwohl, nee, diesmal ist es kein Sushi. Diesmal ist Holz. Mal gucken, was bringt es los. Contra-Rack-Type-C-Potion. Gift. Ist ja mal kacke. Wow, Gift gegen Tiere oder so. Ich lass das mal da drauf. Ja, lass das mal da drauf. So, dann laufen wir mal weiter entlang der Küste. Okay, Gronkh hat das Spiel eine Stunde und 20 Minuten ge... ...gespielt. Wir haben das jetzt schon länger gespielt. Nee, noch nicht. Erst in 10 Minuten oder so. Hm! Bei 15 Minuten. So... ...wieder kartografieren. Das ist ja ganz wichtig. Der Links war doch auch noch irgendwas, oder? Nicht... ... ist hier nichts. Hallo? Was? Wieso finde ich nichts zum Kartografieren? Da! Okay, da sind wir jetzt. Okay. Wir laufen durch das Gestrüpp. Sieht aus wie... ...irgendwie im Sunk irgendwie so. Ja, ist irgendwie auch so ein bisschen. Alter, das Sunk. Da rutschst du immer wieder drunter. Oder herunter. Es ist mich irgendwie das geile Feeling aufkommen, so. Alter, voll die geile Grafik. Ja, das nicht. Aber das Wasser ist schon irgendwie cool. Auch wenn's irgendwie aussieht wie... ...wie so... ...wieso... ...Schleim. Ja, sehr, sehr leise. Sieht geil aus. Mehr nicht. Okay, was suchst du jetzt? Wo hast du dein Messer? Scheiße, wo ist mein Messer? Ich hab keine Ahnung. Ich frag mich gerade, wo ich wieder kartografieren kann. Da! War irgendwas. Da oben. Oh, da sind wir jetzt schon. Ist nicht mehr weit. Oh, ich bin thirsty. Trinkt die dir mal was. Ich find das voll die geile Idee mit dem Kartograf hier. Ja, find ich auch voll gut. Ja. Echt mal. Vor allem, weil sonst kennt man sich hier überhaupt nicht aus, ne? Ja, eben. Und vor allem, man wird ja selbst auch auf der Karte nicht angezeigt. Man kriegt ja nur die Informationen, wenn man kartografiert, wo man ist. Ja. Alter, ich bekomm's nicht hin. Wo ist es? Da. Da war noch irgendwas. Da. So. Okay, da sind wir jetzt. Oh, das hatte ich ja schon entdeckt. Scheiße. Okay. Alter, das ist mega verzögert. Echt? Ja, mega verzögert. Du hast jetzt gerade den letzten Dingspoint kartografiert. Oh, Kacko. Das ist echt krass. Wenn man gegen einen Baum rennt, wird man zurückgeschleudert. Echt? Aber geil. So. Ich hab's gerade gesehen. Wie geil ist das denn? Gegenüber ist da nicht so ein Haus. Äh, keine Ahnung. Also gegenüber auf dem Sinn. Ich will gerade irgendwie nicht von der Küste weg, aber hier ist ja nichts. Naja, du kannst ja noch, äh, wenn du die Küste weiter folgst, dann kommst du ja noch zu einem Gebiet, wo die, wo, wo noch andere Maschelungen sind. Ja, genau. Dann folgst du lieber mal der Küste und Kartografieren ein bisschen weit. Ich guck mal, eigentlich müsste doch da auch irgendwas sein. Da ist ein, äh, Schädel oder sowas. Der müsste hier irgendwo landeinwärts sein. Kartografier doch erstmal. Jetzt bin ich schon irgendwo ganz weit weg. Ne, ich hab die Küste wieder gefunden. Ja, okay, Kartografieren will mal. Warte, können wir überhaupt Kartografieren? Das ist ja alles schon relativ weit weg da. Dann muss ich es ja versuchen. Ah, ne. Da muss ein bisschen was zurück. Ist ja nicht so schlimm. Kann man im Wasser kartografieren? Nein. Ich würde ja die Karte nennen. Ja, und? Hallo? So. Ach, da waren wir schon. Also hier haben wir schon kartografiert. Und scheint. Da bin ich jetzt quasi zurück. Ne, doch noch nicht. Okay, da ist so ein Ausläufer. Den müssten wir doch finden. Das hier, oder? Ich finde es ja cool, dass man so Teile der Karte finden kann und die dann halt eben aufgedeckt werden, die Teile der Karte, dass man die gar nicht mehr kartografieren muss. Was? Ja. Ey, cool. Das wird sogar angezeigt, wie die Erhöhung, also die Bekleinigung, die Hügel. Sudden wir angezeigt. finde ich gut finde ich gut okay das ist wahrscheinlich die statue ja die kennen wir schon dann weiß ich wo ich bin warte wenn ich da bei der statue bin wo waren die pilze gekennzeichnet die waren da hat sie die nicht irgendwie auch anziehsachen oder so machen hier hier müssen die kreis ja ja aber ich sehe die jetzt nicht ohne die map an bäumen obwohl ich die bäume doch nicht die die pilze doch nicht immer noch immer auf dem boden pilze glaube ich dass die entwickler sich so im kopf gemacht haben dass die halt eben extra das machst du da eigentlich die ganze zeit ich suche nach pilzen nein hier ist dieser ein lauf jetzt bin ich auch noch lustig also hier geht es so rein und da ist so eine kleine kule hier oder das müsste doch die kleine kule sein da weil es war da hä wo sollen denn die pilze sein warte 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 geh nochmal zur netten rüber ja okay okay die sollen weiter hoch etwas weiter hoch da soll sein genau da also nicht nicht ein bisschen weiter von der küste weg ja aber da nicht wo du bist wir müssen noch weiter laufen eigentlich wenn man vom äh von der statue aus genau nach süden geht oder nach unten ja ja und das mach ich aber da ist nichts aber das ist nicht die statue das ist die statue woher weißt du das was soll das denn sonst sein naja da ist ein teil der karte noch nicht aufgedeckt naja da ist ein teil der karte noch nicht aufgedeckt naja da ist ein teil der karte noch nicht aufgedeckt ja aber das kann ich schon kategorapieren warte ok hier bin ich oh ja du hast recht ich hab es dir gesagt Rücken ich sag es dir schon die ganze zeit dann ist es ok ich rutsche boi jetzt kann ich wieder meine maus nicht bewegen wieso so jetzt kann ichs wieder das ist ja voll verpackt ja ist ja gut und der kopf so jetzt haben wir schon mal mehr aufgedeckt ja und gehen wir jetzt mal dahin wo der ist nicht runterfallen nicht runterfallen ach scheiße ich fall so oft tja aber hier ist dieser weg rein wir müssen hier ja eigentlich irgendwo ne Pilze sein ich find ich das ist voll gut gemacht mit dem Fallen ist schon gut gemacht ja ne ne du musst noch weiter der Küste entlang müssen also auf dem Weg halten dann solltest du da umfangen kommen dann solltest du da umfangen kommen dann solltest du da umfangen kommen da ich glaube ich hab sie oder ja ist sogar an bäumen hier siehste hatte ich recht ne ich sehs noch nicht ja ich weiß ja ich weiß so ist hier irgendwo ein Haus oder so in der Nähe das sieht voll gut aus was ist das denn da sind so komische Vierecke meinst du die Vierecke sind Häuser ach ne ich kanns ja mal hingehen ich meine schadet ja nicht Trak ist ja noch lang gehen wir mal hinter der Statue ja gut du bist ja jetzt quasi da nicht einfach nur dass ich nicht hochkomme ja ist das eine Höhle oder das ist ein Schatten muss halt eben nur außen rum laufen muss halt eben nur außen rum laufen ich hätte fast das Spiel verpackt echt wie denn ist sie jetzt stolz auf mich ich war in zwei Felsen eigentlich gebackt warte mal guck mal auf die Map wo der Flick ist ich glaub den kenn kenn ich noch gar nicht ah doch da oh kacke was ich muss anders herum um den Berg rum scheiße ich finde es ja cool dass der die ganze Zeit die Pilze in der Hand hält jetzt habe ich sie verloren ah ich habe sie wieder da ist so eine geile Insel da würde ich mal hin oder vielleicht komme ich sogar auf den Berg ach ne gehen wir lieber außen rum ja das glaub ich besser ja das glaub ich besser obwohl kannst du es ja probieren ne kein bock ne kein bock ok ja dann hab ich Durst oder so Fever Feather Use Medicine ja du hast Fieber ja ich hab jetzt Basic Medicine benutzt und hab zwei Errungenschaften bekommen hä? ja nehmt der einfach mal so drei Pillen aus der äh fuck scheißegal was ist ist ja so jetzt watschelt der hier so durch den Sumpf alter ist der lahm ja ja hast du mal geguckt was dir fehlt ob dir irgendwie flach fällt oder so geht das in dem Spiel? ich glaub ja ne ok und alles ist low aber das ist schon von Anfang an low ja vielleicht soll ich was trinkt ja bestimmt oder? ja ich weiß es ja nicht also ich denke schon wenn das steht irgendwie dass man schwach ist warte das ist ne riesen Treppe was zum Fick ist das? alter das ist ein Tempel ein Masochisten Tempel sieht ja voll alter sieht der geil aus der sieht voll cool aus der ist voll krass dann gibt es da bestimmt auch irgendwie so Rätsel oder sowas da ist so ein Elefant oder sowas ne das ist ne Statue von nem Gnome oder sowas Kakteen kann man auch nehmen ja vielleicht bringen die dir was warte jetzt nimm die hier komm nimm wieso nimmt der die nicht jetzt hat er da gibt's Lila ne Kakteen die kann ich auch nimm die Lila ja dann nimm die doch mal jetzt hab ich drei verschiedene Sorten ich rutsche wie der einfach nimm mal abrutscht ich rutsche die Kakteen in die Hand ey tut nicht n bisschen weh ne ne so hier ist so ne so ne abgerissene Ruine oh jetzt kommt Musik was ist das für ne großer Kaktus vielleicht kannst du den Kaktus auch mitnehmen ne kann ich nicht ne schade Alter aber hier ist das voll geil kannst du ja da bleiben musst du nur alles da irgendwie rüberschaffen ja das wäre wohl voll cool wenn man das machen könnte aber irgendwie ist hier gar nichts hast du denn mal in der alten Aufnahme geguckt ob da irgendwie das Video gelaggt hat mhm gelaggt nicht nur schlechte Qualität achso warte ich bin eigentlich ich bin irgendwo vom Weg abgekommen ich weiß gar nicht wo ich bin ich bin so fasziniert von den ganzen Sachen vielleicht kannst du ja irgendwo auf den Berg gehen und den Weg punkten irgendwie ja aber ich komm nicht auf den Berg ja oh ich muss wieder zurück zum Anfang der Ruine und äh da auf den Berg ich glaub das ging dann ja ich versuch's jetzt auch aber ich laufe ultra langsam ich bin einfach schon so erschöpft der atmet auch die ganze Zeit schon ähm wir müssten eh circa 15 Minuten aufhören echt wieso weil ich mitle ich kann auch ein bisschen länger machen aber so circa 15 Minuten ey da ist ne Pflanze innen drin in nem Blumentopf ich nimm die mit aber jetzt habe ich mein äh meinen Pilz fallen gelassen dann tu einen der der Kakteen weg ja ich tu den grünen Kaktus weg ja weil die Pflanze sah irgendwie ein bisschen bedeutsamer voll ah hier ist ein Laboratorium komplettes ok tun wir mal ein paar Sachen auf den Examination Tray das ist ja cool mal gucken vor allem vor allem die Dinger stehen da einfach so rum und niemandem gehören die irgendwie dumm irgendwie schon was bedeutet das ey das sieht aus wie ein Penis dieses ja schlag wenn du das Buch schon zugeschlagen hast dann schlag das Buch nochmal auf und dieser dieser lila ne Kaktus der sieht aus wie ein Penis ja ich examiniere grad die Pflanze ach so so mal gucken was kann die Mental Clarity Tonic davon hatten wir doch schon eins wovon? Mental Clarity neee doch doch von der weißen Blüte hatten wir eins aber nicht von der jaja aber derselbe Effekt vom Trank achso ja also oder von der Medizin jaja kann man vielleicht kombinieren oder so kann man kombinieren with a Type C Potion in Habilitar ne Type C Potion haben wir doch schon haben wir? aber nur als Gift ne ich hab keinen mehr ich hab keinen mehr so guck noch mal guck noch mal den Kaktus an genau das Bild wo ist denn der Kaktus? keine Ahnung keine Ahnung da siehst du das Apartment Research on Violet Cactus aber geil der Penis Mental Clarity die also die die beiden Pilze miteinander kombinieren glaube ich kann man probier doch mal wo wo kriegst du jetzt den einen? Typ C Potion Dingspilz ja warte was was ich habe ich will ne nächste Seite ich hab keine Ahnung da oben rechts auf die Seite Trumpet Mushroom ist Type C Potion Und die Also die und Fliegenpilz Okay Ähm Ne Ja Und jetzt Hä? Hier ist doch normalerweise immer so ein Ach du Kacke Hier sind voll viele Sachen angepflanzt Vielleicht kannst du dir ja viele mitnehmen Kann ich Sehr gut Oh und hier ist irgendwie Ein Dokument About Plans oder sowas Indigo Alter voll viele Sachen Egal Da an der Wand hing doch noch was Ey yo Introduction for Researching Plans Ja das kennen wir ja Haben wir ja schon Ja nimm trotzdem mal mit Und nie genug von haben Und das hier Was For Synthesizing Medicines Ja Okay Irgendwie du die ganze Zeit Den Lilian und Kaktus In der Hand hast Jetzt hab ich Mal gucken Probier mal einen Trank herzustellen Oder schlaf erstmal Ah ja schlaf Egal ich hab jetzt schon Die beiden Mental Clarity Sachen Miteinander Mal gucken No useful medicine Scheiße Das ist echt kacke Das ist echt kacke Hast du mal nachgeguckt Ob du das jetzt nochmal Probieren machen kannst Also ob du das jetzt nochmal Verwenden kannst die Ne kann man nicht Wilflingpilz Also musst du neue suchen Ja Ja scheiße Und dann Die da Waren Type C Päusche Wo hast du eigentlich Diesen Diesen Schwammpilz Hin Getan Ich hab keine Ahnung Und dann waren die auch Irgendwas mit Type C Päusche Inhabiliter I will be able to Brain Amphatis Ach ich drück immer Irgendwas Immer escape Wo sind die Pilze Welche Pilze So komische Pilze Ich trinke jetzt erstmal was Meinst du diese Schwammpilze Ja genau Ne nicht die Schwammpilze Die Anderen Dingpilze Die am Äh am Holz waren Ja die hast du doch Auf den Tisch gelegt Damit die Gespräche drin Ne Doch Die liegen da doch Das waren doch die Brauen Was liegt denn der auf dem Tisch Neben der Lampe Oh du hast recht Ne dann meine ich die anderen Die Schwammpilze Guck Geh doch nochmal zurück Zu diesem einen Zelt Vielleicht liegen die da Ja mach ich gleich auch Ich will hier erstmal noch ein paar Sachen gucken Also alles kannst du ja da liegen lassen Kannst du ja erst mal schlafen Während dem Regen schlafen Ach nee Wir sind überdacht Ja Ah tatsächlich Aber sehr billig Natürlich Jetzt ist Nacht Jetzt nochmal schlafen Ich kann auch immer schlafen Ich schlafe Steh auf Schlafe wieder Ja steh auf Schlafe wieder Ja stehst auf Und dann bist du immer voll ausgeschlafen Nach drei Stunden Schlaf Ja Oder in dem Fall Zehn Sekunden Schlaf Okay dann kannst du ja jetzt zurück zu dem Zu dem einen Zelt gehen Ja wenn ich Wüsste wo wir sind Ne warte Da ist noch ne Pflanze Die hatte ich noch nicht Pink Spotted Lily Ja dann kannst du die ja mal examieren Ja ja mach ich ja Mal gucken Ich frag mich wofür die Tränke dann hinterher noch gut sind Ja um die Krankheit zu heilen Ja und dann Keine Ahnung Was dann Ich meine irgendwas muss es ja mit dem Toten Mann auf sich haben Den wir gefunden haben Basic Medicine Okay Dann nehmen wir das mal und machen mal ne Basic Medicine Das ist voll kompliziert alles Ey stimmt der toter Mann den hab ich schon vergessen Naja ein toter Mann Mit Wachs auf dem Boden Genau das müssen wir auch noch irgendwie herausfinden Was damit los war Ja warum da auf einmal Wachs ist ne Rotes Wachs war Schon krank So Warte Das hier sind White Spotted oder Ne das sind auch Pink Vergiss nicht die Basic Medicine mitzunehmen Hab ich ja schon Echt Leg die nicht noch da auf dem Typen Ne ne die hab ich Sehr gut Ja die hab ich Okay dann kartografieren wir mal Das können wir kartografieren Und hoffentlich das Ne das nicht Ähm Das da Sehr gut Okay Okay ich glaub wir sind schon Relativ weit weg von dem was wir eigentlich wissen Also ich seh jetzt noch nichts Oh Ne ne Oh wir sind gar nicht so weit weg Ne auf jeden Fall müsstest du jetzt nach Äh Nach Osten Um zur Küste zu kommen Oder nach Süden Ja sollen wir zur Küste Ja ich würde lieber sagen Nicht Also Jetzt quasi Äh Ne ohne Nach Süden Ich würd sagen wir laufen jetzt Äh Ach warte Den grünen Kaktus Hatte ich noch gar nicht Engelströmt Hier sind doch auch überall grüne Kakteen oder? Ja keine Ahnung Ich glaub wohl Den hab ich noch nicht untersucht Wahrscheinlich ist das irgendwie Futter für irgendwelche Tiere Ja der Lila ne war ja irgendwas mit Gift Ne Ja Ach das ist jetzt auch egal Ja dann Ab Ab nach Süden Und zu dem einen Zelt Gucken ob der Schwarmkaktus noch da ist Äh der Schwarmpilz Warte können wir auch noch eine Basic Medizin machen? Wir hatten doch schon eine Ja und Ja ich weiß nicht Ja ich mach's gerade Ja gut Aber ob wir die dann aufsammeln können oder so? Bestimmt Alter aber voll geil Dass mitten im Nichts So viel rumsteht Und zwar einfach so Ja Voll komisch Kannst du denn die Basic Medizin mitnehmen? Ich konnte sie mitnehmen Aber ich hab sie trotzdem nur einmal Ja wahrscheinlich sind da mehrere Pillen drin Könnt ich mir zumindest Trotzdem nimmt er bestimmt alle auf einmal Wahrscheinlich So wie gerade eben Auf einmal so drei Schmeckt gut Oh es wird Nacht oder? Oder zumindest bewölkt Ja es wird Nachmittag Geh doch mal Probier doch mal da irgendwo auf den Berg zu gehen Ne ich geh jetzt einfach zurück Ja du kannst ja da irgendwo auf den Berg gehen Von vom Tempel aus Alter Kacke Auf der Warnabgrund Meine Kaktus So Fällt der eiskalt da runter ey So wir sind jetzt wahrscheinlich da Dann gehen wir mal weiter Nach da Ich will jetzt glaube ich zum Outpost Sirius Weißt du wer da wo der ist? Nein Äh Ich krieg das noch Äh Äh Ja wo der Hä wo bin ich? Kacke Ich muss nach Süden Wieso habe ich jetzt auf einmal Fieber wieder Och komm Ich habe mir Gerade Medizin gemacht Und jetzt muss ich die schon wieder Äh Blasen Du hast ja zweimal Medizin gemacht Ja und Ich muss nach Osten Dann komme ich auf jeden Fall zur Küste Wann da denn jetzt zwei Pillen drin? Oder hat der nur eine genommen? Der hat irgendwie alles genommen Wo ist dein Osten? Osten ist genau da Ich muss nach Süden Nein nach Osten Dann komme ich zur Küste Aber nach Süden bis unten und du musst Runden zur Küste Aber da sind Berge Oh die kannst du doch entweder um gehen und dann findest du vielleicht noch mehr Punkte Ach egal Ja ist jetzt wirklich egal Ja komm auf jeden Fall zur Küste und leg dich irgendwo hin weil ich würde jetzt gerne Schluss machen Ja okay Dann bei diesem einen Zelt weißt du Ja Aber beeil dich Ja ich versuche es Nimmst du überhaupt auf? Ja Sehr gut Hallo Jut Was zum Fick Was wo? Wie ist das Wie bin ich denn diesmal gefallen? Und dann Das sah krank aus Und dann sah krank aus Es sah aus als wärst du erst eine Vorwärtsrolle und dann eine Rückwärtsrolle Irgendwie schon Irgendwie schon Ich bin einfach Wie geil das ist dass man auf die Uhr gucken kann ey Mhm Auch wenn einem das nichts bringt oder? Doch klar Ich weiß mal wie viel Uhr es ist Okay Ja zum Beispiel haben wir ungefähr zwei Uhr Also Ingame Von da aus kannst du bestimmt irgendeine Kategorafie Bäh Ja ich weiß ja wo wir sind Trotzdem vielleicht Trotzdem vielleicht Ja ok hast recht Jetzt gleich sind wir schon beim Zelt Ja Irgendwie ist das doch nicht so weit wie ich gedacht hätte Ja doch schon Aber nicht ganz so weit Aber nicht ganz so weit Wir sind einmal komplett rum das ist schon echt viel Ja aber dafür hast du nicht viel Zeit gebraucht Es geht ne Stunde Nein ich meine jetzt äh von Von dem Tempel bis bis zum Zelt Ach so Ja ok das stimmt Dennoch sind wir ja nicht da Ja aber wir sind gleich da Und ich bin jetzt Durstig Dann dreht doch was Ja mach ich auch So Leute hast doch grad eben schon was getrunken Eigentlich schon It's mysterious Ja vielleicht ist es ja irgendwie warm oder so Ja Bewölkt warm Wie cool das ist dass die Trinkflasche einfach da so Dran hängt Ja Ist normal ne macht jeder Abenteurer so Ja 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 Sind wir jetzt schon irgendwie zu weit oder so Nee Da rechts war das doch Du bist schon dran vorbeigelaufen glaube ich Warte ich kartografier mal eben Oder weiß ich wo ich bin Oder weiß ich wo ich bin Oder weiß ich wo ich bin Nö So einmal da Und einmal Und einmal Da Ich find das ja cool dass man seinen Standort so bestimmen kann Wo ist denn Oh wir sind noch längst nicht da Echt Du hast recht Wir müssen noch weiter zurufen Aber ist ja nicht mehr lange Wir müssen ja bis zum Kreuz nehmen Naja Da kam jetzt grad irgend so ein komisches Geräusch Hab ich wieder Fieber oder was Nee Komisch Ich weiß nicht ob wir noch irgendwann Die Stärke höher bekommen oder so Weiß ich auch nicht Ja 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 Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht durch die insel wer aber also so irgendwie sich so ein bild malen kann und dann danach die ganzen holzstämme aneinander nageln kann so ach da ist der pilz ja lag der da noch auf dem examination so jetzt mach ich noch eben den kaktus ich find das cool dass man seine sachen so speichern kann aber man hat nicht viel platz ja trotzdem man kann jetzt auch ein bisschen was mitnehmen und so viel braucht man ja auch nicht hat keine medizinischen nutzen ich wusste es kannst du da auch liegen lassen und jetzt speicher ich da wo wir letztes mal auch aufgehört haben und dieses mal angefangen haben so gespeichert so leute mit diesem schönen fels sage ich euch tschüss der julius sagt auch nochmal irgendwas ja ich sage tschüss hat mich sehr gefreut mit euch kommunizieren zu dürfen in diesem wundervollen spiel was kann ich mal so schlecht aussieht ja und damit sagen wir euch tschüss und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal i